Hey Leute und damit auch ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Brawl Stars Video. Und zwar seht ihr schon im Hintergrund, ich weiß es nicht, 2254 Trophäen mit Frank. Er ist auf der Welt Platz 1 global mit Frank, mit Abstand. Er ist hier im Stream, Special Guest und wir machen heute ein 1 vs 1. Und ja, was gibt es noch über deinen Account? Klär mal kurz. Ja, also ich habe einen 2250er Frank gerade im Moment. Wir haben noch die erste Season Woche. Ich spiele eigentlich nur um Blowerball mit Ravi und Yoshi. Am Anfang habe ich mit einer anderen Mate gespielt, wie man das sieht. Wir gewinnen eigentlich jedes Game. Wir haben von 1800 bis 2250 nicht ein Game verloren. Ja, ich habe Weltrekord mit Tick. Und zwar habe ich ihn dreimal auf 1500 gehabt und zweimal in einer Season gleichzeitig. Da war ich Platz 1 und 2 global. Was ich noch habe, größter Flex, den es gibt. Ich habe meinen Golden Edgar auf Gold 3 auf 0 Pokal. Das ist heftig. Geisteskrank. Und wir machen jetzt ein 1 vs 1 gegen ihn. Und wir werden natürlich meine Ansicht anschauen. Okay Leute, es geht jetzt los. Falls ihr euch fragt, warum wir keinen Frank 1 vs 1 machen. Einfach viel zu random. Wird keinen Sinn machen. Wir machen jetzt mit Papa ohne Auto im Gadget. Let's go. Mal schauen, was der Kollege hier drauf hat. Er gibt auf jeden Fall sein Bestes. Und ja, bin gespannt, wie gut ich mithalten kann. Ich denke eher, dass du gewinnen wirst. Ich denke nicht. Au. Ja, da kommt der Clown. Weißt du, was bei mir kommt? Der Fisch. Der Fisch. Oh, da hat er mich. Der Fisch. Der Fisch was. Oh, schade, dass der erste Hit hitet. Ey, was spiele ich da gerade zusammen? Ja, 3 vs 1 für den Breer. Ja, Bruder, wahrscheinlich hittet das Gadget hier von der Range. Okay, Comeback. Leute, ich sag's, wie's ist. Oh, er sagt Comeback, er macht Comeback. Digga, was soll man da machen? Kommt mit Schild raus und ich kann nicht zurück. Es reicht, Papa. Papa überhaupt nicht mehr, Bruder. Digga, nimmt mich auseinander mit Papa. Keine Chance. Keine Chance, Digga. Okay. Einmal ein... Digga, ich kann gar nichts machen. Er spammt schneller durch, er hat FPS des Todes. Schade. 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 So, dann kommen wir zum zweiten Brawler. 8 zu 2 besiegt. Papa überhaupt nicht meins. Zweiter Brawler, was haben wir da nochmal gesagt? Kult, gell? Kult, 1 vs 1. So, 1-0. Erst, ich fülle immer schnell 1-0 und dann war's das. Digga, er gewinnt, Digga. Oh mein Gott. Oder was ist mit deinem passiert? Ja, ja. Kult, 1 vs 1 ist nicht so meins. Und da joke ich immer. Ab zum hotzeigen, let's go. Ah, ist das eh jetzt, Digga. Er hat mich mit seiner holt. Ist das böse. Ah, jetzt muss ich wieder ein Comeback machen. Okay, unentschieden. Das heißt, wir machen jetzt eine Rewash. Also nochmal mit Kult. Let's go. Ich glaube, vielleicht doch. Digga, ich sag's dir mit Kult da zu treffen, ist heftig schwer. Muss ich dann mehr aufs Deutsche konzentrieren. Digga, wahrscheinlich überlebt eine 20 AP. Oha, er holt mich auch noch. Digga, Ult ging nicht durch. Er holt mich. Digga, das kann's nicht sein. Das kann's nicht sein. Er holt mich immer wieder. Er holt mich immer wieder. Ja, genau jetzt hätte ich einen Cup mit durch. Hab auch Charge, okay. 4-3 gewinnt er. 2-0 für ihn. Wir schauen jetzt rein mit Angelo. 1-12-1. Okay. Ah, schade, dass es nicht ausgeht. GG. Böse, 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 Böse. Digga, er überlebt das. Ich kann das nicht mehr sehen. Er schwitzt rein. Es ist wieder ein Rematch mit Angelo. Oha, ist das knapp, Digga. Schade, Bro. Hier hast du einen Clown. Oha, er trifft den Hit. Und ja. Was? Da geht sich aus. Das stinkt mir. Ja, das war's mit mir. Ich sehe keine Zukunft mehr. Na, er trifft den Charge auch noch. Ah, trifft den Charge. Geht sich so aus? Bitte sag nicht, dass du 4-3 gewonnen hast. 4-4 Rematch. Oh mein Gott, Digga. Noch einmal Rematch. Er wesselt seine Skins, Digga. Ich kann nicht mehr. Boah, was? Wie spannend ist das? Ah, geil. Digga, mein Aim ist so komplett lost so irgendwie. Er trifft halt auch. Digga, ich kann das nicht mehr dodgen. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Digga. Er gewinnt wieder. Und es ist das knappeste Unentschieden. Wieder Wasser sich zurück holt. Das ist Wahnsinn. Okay. er dodged einfach richtig wichtig wichtig endlich das glück an meiner seite Leute lasst gern like da Abo verfolgt ihn mit Platz 1 global ich werde noch ein bisschen üben und ansonsten hot ran und ciao ciao perfekt